Ja, hallo, ich rufe an wegen der Wohnung auf der Schlossstraße. Die Wohnung, die ist doch im Erdgeschoss, oder? Weil ich kann wegen meiner Behinderung so schlecht Treppen steigen. Oh, tut mir leid, die ist leider schon vergeben. Ah. Ja, hallo, ich und meine kleine Tochter, wir suchen dringend nach einer Wohnung. Sie ist schon vermietet. Ultraimmobilienkrause. Ja, guten Tag. Ich habe gerade Ihre Anzeige für die Wohnung in der Schlossstraße gesehen. Ich wechsle gerade für die Firma in die Stadt und die Wohnung wäre fantastisch für mich. Können wir da einen Besichtigungstermin vereinbaren? Gern, am Dienstag um 17 Uhr wäre noch ein Termin möglich. Unter welchem Namen kann ich Sie da eintragen? Unter Jilmaz. Ah, Entschuldigung, ich sehe gerade die Wohnung ist leider doch schon vermietet. Ach was. Diskriminierung hat viele Gesichter. Gleichbehandlung ist ihr gutes Recht. Und das hat mich bei ihm wohl gemacht. Ist ja ein Besourcing. 3. Schade nicht. 2. cobra members. io